Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen in diesem Video. Vielleicht kennst du das auch. Es juckt, es brennt, es bitzelt. Du wurdest schon mehrfach auf eine Pilzinfektion untersucht und auch schon behandelt, aber es geht und geht nicht weg. Es kommt in Schüben. Es gibt Tage und Wochen, da ist es besser. Es gibt Tage und Wochen, da ist es schlimmer. Und all das hat gar nicht mit einer Infektion zu tun, sondern mit einer Hauterkrankung, die sich Lichen Sklerosis nennt. Und diese Erkrankung besprechen wir heute. Wie sieht das Ganze aus? Wie oft kommt das vor? Wie sieht die Diagnostik und vor allen Dingen auch die Therapie aus? Das besprechen wir in aller Ruhe jetzt in diesem Video. Viel Spaß dabei. Vielleicht geht es dir ja auch so, dass du dich jetzt wiedererkannt hast in den Dingen, die ich gerade erzählt habe. Mit immer wiederkehrenden Juckreiz, Schmerzen, brennenden Pieksen im Bereich der Vulva und auch vaginal. Vielleicht hast du auch bemerkt, dass deine Vulvalippen ein bisschen verengt sind und der Vaginaleingang auch enger geworden ist. Das kann dir in jungen Jahren passieren. Das kann sogar als Kind schon passieren. Das ist ein wichtiger Ansatz, den wir auch gleich noch besprechen. Es passiert aber auch recht häufig im Alter. Und Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Auch Männer können betroffen sein. Der Penis ist auch quasi Angriffsfläche für den Lichen Sklerosis. Das ist der Name dieser Hauterkrankung und damit sind wir auch schon bei dem Begriff. Es ist eine Dermatose, also eine chronische Hauterkrankung, die nicht ansteckend ist. Und vor allen Dingen, was sehr frustrierend ist, wir wissen noch nicht so wirklich, wo es herkommt. Man vermutet, und das liegt sehr nah, dass eine Autoimmunerkrankung dahinter steckt. Also Antikörper, die sich gegen den eigenen Körper und in dem Fall gegen die Haut richten. Das vermutet man deswegen auch so stark, weil es assoziiert ist mit anderen Autoimmunerkrankungen. Zum Beispiel chronischen Darmerkrankungen oder auch Schilddrüsen-Autoimmunerkrankungen und noch viele mehr. Und deswegen weiß man heutzutage, es müsste damit was zu tun haben. Und entsprechend frustrierend ist auch ein bisschen, wenn man den Frauen offeriert, wie die Therapie aussieht. Denn eine wirkliche Heilung von dieser Hauterkrankung gibt es nicht. Aber, und das ist ganz wichtig, es gibt Therapiemaßnahmen, die wir auch gleich besprechen, die dieses unglaublich lebenseinschränkende und lästige Jucken, Brennen und dieses uneingenehme Gefühl mindern oder sogar weggehen lassen. Das besprechen wir jetzt aber nach und nach. Wo und wie häufig kommt das Ganze vor? In den allermeisten Fällen ist tatsächlich die Vulva betroffen und auch die Analregion. Und ganz typischerweise auch bei Kindern erkennt man diese Hauterscheinungen, zu denen wir gleich noch kommen, dass das wie so eine Acht wirkt. Also um die Vulva drumherum und um den Anus wie so ein achtförmiges Gebilde mit Hautveränderungen. Es gibt aber auch Phänomene, da kommt das Ganze am Stamm vor des Körpers. Also auch am Nacken oder am Rücken oder auch am Bauch. Und ich habe es schon erwähnt, bei Männern eben auch auf der Eichel, also am Penis. Die Vagina selbst, also innen drin oder auch die Mundschleimhaut ist typischerweise nicht oder sehr, sehr, sehr selten nur betroffen. Und das unterscheidet eben auch den Lichensklerosis zu anderen Erkrankungen, wie zum Beispiel einer Pilzinfektion, wo ja auch die Vaginalwand betroffen sein kann. Die Krankheitshäufigkeit ist gar nicht so gut statistisch erfasst. Man schätzt, dass ungefähr 0,1% der Mädchen und Jungen vor der Pubertät betroffen sind. Ich vermute die Dunkelziffer viel höher. Und bei den 80-Jährigen vermutet man ungefähr 3%. Bei 10% der Patientinnen und Patienten sind eben auch Familienmitglieder mit betroffen. Das heißt, wenn du mal die Oma, die Mama fragst, ob sie denn auch solche Beschwerden hatte oder hat, oder eben sogar die Diagnose Lichensklerosis hat, dann denke auch daran, dass du deine Kinder eventuell auch betroffen sein könnten. Was für Symptome macht Lichensklerosis? Und jetzt möchte ich bitte auch alle Eltern daran erinnern, dass ihr bei euren Mädchen oder auch Jungs genauer hinschaut, wenn die immer wieder auffällig werden, was Juckreiz angeht im Bereich der Vulva. Oder ihr bemerkt vielleicht oder hört von Erzieherinnen und Erziehern aus dem Kindergarten, dass sich das Kind immer wieder schuppert, juckt oder auch mit Gegenständen, Kuscheltieren versucht, dort zu kratzen und nachts auch gar nicht zur Ruhe findet, weil dieser offensichtliche Juckreiz so stark ist. Dass ihr dann wirklich mal auch ein bisschen genauer hinschaut, weil das könnten die ersten Vorboten sein von einem Lichensklerosis. Insbesondere deswegen, weil vor allen Dingen bei Mädchen eine Pilzinfektion vor der Pubertät eine absolute Rarität ist. Aufgrund des Östrogenmangels gibt es kaum eine Pilzinfektion bei den jungen Mädchen. Deswegen bei so einem starken Juckreiz sollte man auch immer daran denken, dass das ein Lichensklerosis sein könnte, was äußerst, äußerst schlimm sein kann. Und zu den Komplikationen kommen wir gleich noch. Neben dem Juckreiz, wir haben es schon erwähnt, kann es ein brennendes Gefühl sein, ein Piksen. Es kann zu Schürfungen und Fissuren kommen durch ständiges Kratzen. Es kann deswegen auch zu Blutungen kommen und auch Vernarbungen. Und man stelle sich vor, man muss da täglich mehrfach kratzen, damit man einfach Linderungen bekommt. Da können natürlich kleinste Narben auch entstehen. Das macht die Haut entsprechend dicker, vernarbter und kann sich natürlich deswegen auch verändern. Wie sieht das Ganze aus? Wir versuchen euch das mal ein bisschen schematisch darzustellen. Denn das Blöde an YouTube ist natürlich, wenn ich jetzt hier echte Bilder, die ich gerne zeigen wollen würde, damit ihr es wirklich mal Natur seht, wie sowas ausschaut, dann wird dieses Video aber komplett gesperrt. Und davon habt ihr nichts und ich nichts. Und deswegen müssen wir uns ein bisschen den Illustrationen hingeben. Im Frühstadium ist es gar nicht so eindeutig. Es gibt manchmal so braun-rote, auch weißliche Hautareale, die so ein bisschen verändert aussehen. Und später wird das Ganze dann typischerweise weißlich. Und man spricht da immer von porzellanartigen Veränderungen. Die Haut sieht dünner aus. Man kann Kratzspuren sehen. Das sind so typische Veränderungen, die rund um die Vulva passieren. Dieses achtförmige Bild habe ich auch schon beschrieben. Und vor allen Dingen auch bei älteren Frauen sieht man, dass die Vulva und die Vulvalippen verschmelzen können. Der Vaginaleingang enger wird. Und es sieht tatsächlich so aus bei älteren Frauen, wie es früher als kleines Mädchen mal aussah. Das alles wirklich wie verschmolzen aussieht. Und das ist schon ein sehr weit ausgeprägtes Stadium von diesem Lichensklerosis, der auch lange nicht behandelt wurde. Bei einem ausgeprägten Lichen ist es also tatsächlich so, dass auch zum Teil die Glitoris-Eichel nicht mehr zu sehen ist. Sie verschwindet quasi, weil die oberen Vulvalippen eben verschmolzen sind. Und auch unten kann alles verschmolzen sein. Und darauf sollte man unbedingt achten. Und diese Verengung führt natürlich zum einen dazu, dass es sich unangenehm anfühlt. Geschlechtsverkehr wird so gut wie unmöglich oder sehr, sehr schmerzhaft. Und selbst das Urinieren kann erschwert sein, weil zum Teil die Harnröhre, der Harnröhre im Ausgang, verschlossen sein kann. Und damit haben wir eigentlich auch schon so ein paar Komplikationen abgedeckt. All das kann natürlich zu örtlichen Reizungen führen, die Vaginalverengung zu extremen Schmerzen und eben auch Probleme beim Wasserlassen und auch die Entzündungsproblematiken. Aber es kommt noch eine Komplikation dazu, die man auch statistisch erfasst hat. Das Karzinomrisiko an der Vulva, ein Vulvakarzinomrisiko, ist statistisch erhöht auf 3 bis 5 Prozent. Diese 3 bis 5 Prozent kommen aber auch nur zustande, wenn man den Liechensklerosis unbehandelt lässt und nicht erkennt. Und bei der Diagnostik kommen wir jetzt zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Und deswegen ist das mir so wichtig, dieses Thema, was ja ein absolutes Nischenthema ist, hier nochmal anzusprechen. Denn es wird oft jahrelang verkannt. Ich habe es schon anfangs erwähnt, man kriegt eine Pilzbehandlung nach der anderen und es wird und wird nicht besser. Und irgendwann ist man sehr verzweifelt. Die Gynäkologin, der Gynäkologe ist auch schon verzweifelt, weil keiner den Liechen als Liechen erkennt. Wenn vor allen Dingen auch diese Blickdiagnose mit den typischen weißlichen Veränderungen der Haut nicht ganz offensichtlich ist. Sollte man dennoch, wenn man beim Therapieversagen, bei einer Pilzinfektion zum Beispiel, mehrfach merkt, okay, es bringt nichts oder viel besser ist. Man guckt sich das Vaginalsekret eben unter dem Mikroskop an und schaut, ist überhaupt eine Pilzinfektion oder eine bakterielle Infektion vorhanden. Und merkt schnell, eigentlich sieht das Vaginalsekret völlig unauffällig aus. Das passt hormonell, es passt vom Zellbild. Dann kann ja irgendwo was nicht stimmen, wenn die Frau trotzdem Probleme hat. Und dann muss man auch spätestens ohne diese Blickdiagnostik auf einen Liechensklerosis kommen. Also erfahrene Untersucherinnen und Untersucher können schon von der Ananese, also der Geschichte der Patienten und auch der Vorgeschichte eruieren, ob vielleicht ein Liechen dahinter stecken könnte. Natürlich sind andere Erkrankungen auch eine Vulvodynie oder eine andere Hauterkrankung, eine Psoriasis, also eine Schuppenflechte der Vulva, was es auch gibt, wichtige Differenzialdiagnosen, die ausgeschlossen werden müssen. Wenn ihr euch mit dem Thema auseinandersetzt, werdet ihr auch immer wieder von Biopsien lesen, also Probenentnahmen. Die sind eine Kannoption. Die sind nicht unbedingt notwendig, um eine Diagnose wirklich ernsthaft zu sichern. Aber sie können natürlich gerade bei so auffälligen Hautarealen die Diagnose schwarz auf weiß vom Pathologen nochmal bestätigen. Aber eine Probenentnahme ist nicht unbedingt notwendig, um sagen zu können, sie haben ein Liechen. Das ist auch ein wichtiger Punkt und man braucht nicht unbedingt diese Probenentnahme, schon vor allen Dingen, wenn die Blickdiagnose bzw. auch die Geschichte der Patienten eindeutig sind. Die Leitlinie empfiehlt dabei den Wirkstoff Clopetazol-Propionat 0,05%ig. Und das Ganze laut dem Regime, was ich gerade erzählt habe. Es gibt auch andere Regime, die vier Wochen eine Akuttherapie machen, vier Wochen eine Dosisreduktion und dann vier Wochen eine Erhaltungstherapie. Das solltet ihr je nach Ausprägung des Befunds und je nach Gesamtsituation natürlich individuell mit eurer Ärztin oder eurem Arzt auch besprechen. Wie sieht nun die Therapie des Liechen aus? Darüber könnte man mit Sicherheit zwei bis drei Videos machen, weil wir dürfen nicht vergessen, eine Autoimmunerkrankung, chronische Entzündung. Hier passiert schon ganz viel im Lifestyle, vor allen Dingen auch ernährungstechnisch. Wir wollen also uns anti-entzündlich verhalten und ernähren. Das geht mit einer rein pflanzenbasierten Ernährung sehr gut, vor allen Dingen auch, wenn man die wichtigen Omega-3-Fettsäuren hochschraubt. Man kann es zum Teil auch substituieren in Form von Kapseln oder auch Ölen oder auch das berühmte Leinöl, was da sich sehr, sehr eignet. Wir müssen gucken, dass die Mikronährstoffe stimmen, gerade auch Vitamin D als ein sehr anti-entzündliches Prohormon oder auch Vitamin. Sollte man schauen, dass man da im guten Level ist und nicht eben im Mangelfest sitzt. Das sind alles wichtige Faktoren, die man auch mit einer Patientin oder einer Betroffenen eben besprechen muss, dass man eben da ganzheitlich rangeht. Aber für eine Akuttherapie und eine lokalen Therapie hat sich bewährt, dass man hochpotente Kortisonpräparate als Salbe nimmt. Die Salbe an sich bzw. die Inhaltsstoffe sind zwar ein hochpotentes Kortison, aber es führt eben nicht zu der oft befürchteten Ausdünnung der Haut, weil man eben eine niedrige Dosierung trotzdem wählt, indem man wirklich nur einen erbsenförmigen Klecks von dieser Creme auf die Vulva aufträgt. Wichtiger Punkt, weil das liest man immer, führt zur Atrophie der Haut. Das ist nicht korrekt in der Dosierung, in der das angewandt wird. Aber es führt nachweislich in der Akuttherapie zu einer Linderung der Symptome. Und hier gibt es verschiedene Regimes und auch verschiedene Leitlinien, die da etwas vorgeben. Der Klassiker zum Beispiel ist, dass man zwölf Wochen, also drei Monate täglich diese erbsenförmige Portion abends zum Beispiel auf den betroffenen Bereich und auch drumherum aufträgt. Und nach diesen zwölf Wochen, dann kommt eine sogenannte Erhaltungstherapie, wo man ein bis zwei Mal in der Woche eben diese Dosierung der Creme benutzt, um eben das nicht wieder aufflammen zu lassen. Und ganz, ganz wichtig, zwischendurch, wenn man eben nicht Kortison benutzt, ist eine örtliche Pflege, eine Hautpflege enorm wichtig. Wichtig ist auch noch zu wissen, bei Kindern kann sich diese Therapie eklatant unterscheiden, weil man hier selten mit diesen hochpotenten Kortisonen arbeitet. Wir haben schon über die Pflege gesprochen zwischendurch. Wie macht man das Ganze jetzt? Hier gibt es immer die Empfehlung, ja, man soll möglichst neutrale, fetthaltige Cremes benutzen. Und keine Frau weiß so richtig, was man sich darunter vorzustellen hat. Hier scheinen sich auch so ein bisschen die Geister. Man arbeitet hier sehr viel auch mit Öl. Und hier ist die Frage, nehme ich mineralische Pflegeöle, die den Vorteil haben? Sie sind halt sehr günstig. Klassiker sind ja Vaseline, Melkfett und Paraffin. Die halten sehr lange. Sie werden eben nicht ranzig. Sie haben aber auch einen Nachteil. Sie verschließen quasi die Haut und bilden einen Fettfilm. Feuchtigkeit kann nicht eindringen. Sauerstoff kann nicht dazukommen. Also man hat hier auch eine Störung der normalen Säureschutzfunktion der Haut. Besser bietet sich hier in den meisten Fällen an Pflegeöle aus der Natur. Zum Beispiel Olivenöl oder auch sehr beliebt das Mandelöl. Weil die haben einfach Öle und Fettanteile, die eben auch mit unserer Haut kommunizieren und eben auch diffundieren können und deswegen die Hautbarriere nicht stören. Nachteil ist aber, sie sind meist sehr teuer, gerade wenn man auf eine gute Bioqualität achtet. Und zweitens, sie reagieren mit Sauerstoff und werden oft ranzig. Das heißt, man muss sie relativ schnell aufbrauchen, weshalb so kleine Döschen da sehr viel empfehlenswerter sind. Am besten eignet sich das Ganze eben abends aufzutragen, weil es hier nicht zu viel Scheuerung der Unterhose kommt. Und deswegen kann das Ganze in Ruhe auch einwirken. Was viele auch oft empfehlen ist, dass man eben diese Vaginalverengung verhindert, indem man abends immer mit den Fingern zum Beispiel ein Stück weit den Vaginaleingang dehnt. So bleibt der Vaginaleingang geöffnet und auch gedehnt. Das ist aber tatsächlich auch bei sehr ausgeprägten Befunden nur nötig. Wenn man früh dran ist, eine frühe Diagnose gestellt hat und früh therapiert, kommt man hier auch ohne diese manuelle Erweiterung gut zurecht. Zum Lifestyle gehört auch der normale Alltag. Also was trage ich für Unterwäsche? Ist das synthetische, eng anliegende Wäsche, was wirklich nicht empfehlenswert ist? Eher wirklich die lockere Baumwollkleidung, wo eben Luft drankommt. Auch eine übermäßige Intimhygiene sollte vermieden werden. Hier braucht man nicht dreimal täglich irgendwo mit irgendwelchen Intimwaschlotionen oder Intimsprays zu arbeiten, sondern sollte das Ganze so unberührt wie nur möglich lassen. Mit Mandelöl zum Beispiel und ein bisschen warmen Wasser ist sicherlich überhaupt nichts gegen einzuwenden, aber man soll es eben nicht übertreiben. Auch bevor man in chlorhaltige Gewässer geht, zum Beispiel Schwimmbad oder Whirlpool, sollte man zusehen, dass man vorher eine wirklich reichhaltige und fetthaltige Creme benutzt, dass da ein Schutzfilm über der Haut ist, damit das nicht noch weiter reizt. Bei Kindern sollte man zum Beispiel darauf achten, dass die Fingernägel immer relativ kurz gehalten werden, damit sie eben nicht diese Fissuren beim Kratzen sich zuziehen. Und selbst bei den banalsten Dingen wie Fahrradfahren kann man darauf achten, dass man eben einen gefensterten Sattel zum Beispiel kauft, dass hier eben nicht dieser Wärmestau entsteht und es wieder zu Problemen kommen kann. Stress ist ein Riesenfaktor für die Autoimmunerkrankung, triggert das unheimlich und das sind auch immer die Schübe, die ich am Anfang beschrieben habe, dass das immer mal wieder kommen kann und das sind oft Phasen, wo es mal stressiger war und schon flammt diese Erkrankung auch wieder auf. So, jetzt sind wir langsam auch beim Ende angekommen. Es ist ein riesen komplexes Thema. Ich könnte hier sicherlich drei, vier, fünf Videos darüber machen. Wichtig ist, dass ihr jetzt schon mal ungefähr wisst, womit habe ich es vielleicht zu tun oder was könnte es bei mir sein und was gibt es eben für Therapiemöglichkeiten. Ihr müsst natürlich eine fähige Gynäkologin, einen fähigen Gynäkologen finden, einen vertrauensvollen Menschen, der sich damit gut auskennt. Ansonsten gibt es auch sogenannte Dysplasie-Sprechstunden, die sich auch diesem Beschwerdebild eben annehmen können und unter Umständen da auch schon therapeutisch was einleiten können. Wir freuen uns alle auf die S3-Leitlinie, also die höchste Evidenzleitlinie, die im nächsten Jahr fertiggestellt werden soll. Je nachdem, wann ihr das Video hier schaut, ist sie vielleicht schon fertiggestellt. 2024 soll es soweit sein. Darauf freuen sich alle Kolleginnen und Kollegen. Und ich freue mich jetzt, wenn ich euch ein bisschen aufschlauen konnte. Ich freue mich über ein Abo, was ihr mir vielleicht da lasst und einen Kommentar, ob du vielleicht auch solche Symptome schon hattest und vielleicht später auch der Liechensklerosis dabei rauskam. Und was hilft dir? Sag es mal, es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Was hilft dir am besten in der Linderung und auch in der Erhaltung? Wir sehen uns und hören uns im nächsten Video. Viel Spaß bis dahin und tschüss.